Wir haben ganz bewusst über den Tagesablauf nachgedacht. Zauberwortrhythmisierung. Schule wird durch die Einbindung von Ganztagesangeboten vom Ort des Lernens auch ein Stück weit zum Ort der Begegnung. Also die brennen schon alle richtig für die eigene Schule jetzt. Es ist zwar viel Arbeit, aber wir haben so viel Zuspruch und sehen unsere Schüler jetzt auch mit anderen Augen. Dass man ja oftmals ins Staunen kommt, was Schüler so alles in ihrer Freizeit packen können. Ich denke, Kindheit hat sich verändert und dem müssen wir uns einfach stellen und das zeigt sich hier. Ja, was hat sich für mich geändert? Für mich ist die Schule wieder ein Stück weit spannender geworden dadurch. .